Florian Silbereisen war eigentlich immer ein Erfolgsgarant, doch davon kann mittlerweile keine Rede mehr sein. Macht er nun endgültig Schluss? So hat sich der erfolgsverwöhnte Star den Start ins neue Jahr wohl nicht vorgestellt. Eigentlich sollte 2024 für Florian Silbereisen, 1942, ein Grund zum Jubeln werden. Doch ausgerechnet in seinem Jubiläumsjahr als Moderator der feste Shows läuft bei ihm überhaupt nichts rund. Eine bittere Enttäuschung. Ob er deswegen jetzt alles hinschmeißt? Florian Silbereisen? Schmeißt er jetzt alles hin? Zum einen reißt die Kritik nicht ab. Als Traumschiffkapitän wird er sogar verhöhnt. Eine Fehlbesetzung sei er, schimpfen die Serienfans. Nur deshalb würden die TV-Quoten in den Keller rauschen. Zum anderen steht nicht nur seine Karriere als Schauspieler auf der Kippe, auch die als Showmoderator. Sein Vertrag beim Mitteldeutschen Rundfunk und mit dem ZDF laufen nur noch bis Ende 2024. Ob es danach weitergeht? Fraglich. Und als wäre das nicht schlimm genug, läuft der Ticketverkauf für die große jubiläumsfeste Tour mehr schlecht als recht. Nach zwei Jahren Pause hatte Florian mit vollen Häusern gerechnet. Doch ausverkauft ist bisher nichts. Verliert er jetzt auch diese Shows? Denn es wären ja nicht die einzigen. Die Shows für Andrea Berg, 57, die er früher moderierte, übernimmt Giovanni Zarella, 45. Auch Roland Kaiser, 71, holte lieber den Italiener als Florie für sein 50-jähriges Jubiläum. Und selbst bei Deutschland sucht den Superstar sitzt jetzt statt ihm seine gute Freundin Beatrice Egli, 35, in der Jury. Wenn es nicht mehr läuft, dann mache ich was anderes, sagte Florian einmal. Pläne hat er dafür schon in der Tasche. Hochzeit, Familie und eine Kneipe eröffnen, so stellte er sich seine Zukunft vor. Ist es etwa jetzt soweit?